Hallo, schöne Grüße aus dem heißen Büro. Falls ihr auf Urlaub fahrt oder schon auf Urlaub gewesen seid und schon braungebrannt seid, so wie ich, dann passt dieses Kleid, nämlich das One-Shoulder-Dress von der Kathi Kritzen aus Gartenkul, ziemlich cool dazu. Ich zeige euch das jetzt und zwar müsst ihr zuerst so legen, den Stoff, dass das Armloch innen verschwindet und dann legt ihr die kürzere Seite gerade drüber, so dass das unten relativ gerade ist und legt die zweite Seite, die längere Seite, über den Busen drüber und nehmt dann einen Clip, den könnt ihr eigentlich ganz kurz machen und einmal hinten herum, ich bringe den da jetzt auf Taillenhöhe an, circa so und dann kann man natürlich, könnt ihr so schon gehen, das hält schon ganz gut, weil das da innen mit der Unterseite wieder verklippt ist, da kann eigentlich nichts passieren, ihr könnt das aber auch ein bisschen mehr graue Seite sozusagen hervorzaubern, indem ihr diesen Teil da nehmt. Dadurch, dass wir das relativ gerade rüber genommen haben, sieht man vom Bein droht ziemlich recht viel mehr auf, wenn man das da hochhebt und nehmt da einen Spitz, da habe ich auch den Clip relativ, also ganz kurz eingestellt und man kann das natürlich so rüberlegen, dass das so nach hinten fällt oder, so wie bei der Kati Gritzner, dass das so eine Falte wieder nach vorne macht, ja und das bringt sie auch hinten an, im Rücken und ganz eng machen, so dass es angenehm ist und schon geht's los zum Eis essen oder spazieren gehen oder Aperol Spritzer trinken. Schönen Abend noch!